So, Mr. Downsydrom, Sie wollen sich also bei uns bewerben? Ja! Okay, dann sagen Sie uns doch mal, was Sie können! 24! Okay, wie ich sehe, können Sie sehr gut mit Zahlen umgehen. Banane! Herr Downsydrom, Sie müssen doch nicht nervös sein. Wir sind doch hier unter uns. Schlampe! Herr Downsydrom, ich verbitte mir diese Umgangsform. Halt, dein Maul ist schlampe! Herr Downsydrom, jetzt hören Sie doch mal auf. Wie auch immer, ich werde jetzt einen Kassentest mit Ihnen durchführen. Voll kein Bock, Mann! So, dann wollen wir doch mal sehen, wie Sie eine Differenzialrechnung ausführen können. Eselpenis! Dann zeigen Sie doch mal, was Sie können. Oh, jetzt droppt der Bus. Mmh! Hold up! Yeah. We Piece. Yeah, somebody dead. Coco microorganствен. I'm Huawei Saksim. Ooh, I am Ah For Real. Never meant to make your daughter cry. I apologize, the trigger tides. Yeah, 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 excellent, ooh. Und zu wieder habe ich den Tag gerettet, yeah! Daniel, das war exzellent! Sie sind eingestellt, aber kann ich noch irgendetwas für sie tun? Schlampe! Yeah! Daniel! Serien! Ich hätte gerne einen Salat, ähm, hallo, komm mal lieber zu Draftin. Ach so. Hallo, ich bin eine Banane, ich hätte gerne einen Salat. Ihre Chicken Nuggets kommen sofort, äh. Nein, ich bin eine Banane, ich hätte gerne einen Salat, äh. Ja, Chicken Nuggets, schön verstanden, äh. Einen Salat. Chicken Nuggets, juhu. Eins, zwei, vier. Ja. Hier ist Chicken Nuggets, äh. Ich habe einen Salat, bestellt keine Chicken Nuggets, äh. Ich habe einen Salat, ich bin eine Banane, ich brauche einen Salat. Ich wollte einen Salat, äh, Salat. Das war wohl ein Missverständnis, Sir. Kommen Sie bitte in unseren Wellnessbereich, äh. Da ist es ganz warm und kuschelig, juhu. Ja, wenn das ein Missverständnis ist, dann will ich mal nicht so sein. Dann gehe ich mal da rein, juhu. Juhu, juhu. Du, du Arschloch, wenn dir meine Chicken Nuggets nicht schmecken, dann musst du sterben, juhu. Juhu, juhu. Hold up.